So, hallo Leute, herzlich willkommen bei einer Folge einer, einem neuen, ich sag jetzt aber nicht LP, weil das dürft ihr jetzt entscheiden, Brick Force heißt das Game und das ist übelst geil, also ich hab's immer so scheiße für scheiße gehalten, aber naja, ich lag damit übel zum Unrecht oder halt, war halt so dumm wie es nur geht, also unbedingt mal probieren das Game, das ist übelst krass. Also, das ist sozusagen Minecraft mit Waffen, ne? Keine Ahnung, ob ihr mich hört, wenn ihr, wenn ich schieße, ist mir's auch egal, ähm, ja. Das Spiel ist auf jeden Fall richtig geil und ich konnte grad nicht hoch. Okay, den holen wir, fuck. Ich hatte grad keine Moni mehr, deswegen, naja, ich bin grad Zweiter aus unserem Team. Also, ich bin nicht wirklich gut, obwohl, naja, halt, ich bin schon gut, aber nicht gut. Sag ich so. Sag nicht, den holen wir, den holen wir. Der geht klar. Sag. Geholt. Ja, also, ich muss dann entscheiden, ob ich das Game LP'n' soll oder nicht. Also, was heißt LP'n? Das ist ein, ein Browser-Game sozusagen, aber man kann es auch runterladen. Ähm. Oh, fuck, das ist ein Gegner oder nicht. Stopp, du hoher Sohn. Lass mir rollen. Na, komm. Okay, und jetzt hab ich noch einen, ja, halt, ein etwas anderes Ding. Und. Ja, äh. Was soll ich jetzt sagen? Also, ja, ähm. Ja. Das. Fuck, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ähm. Ihr dürft dann entscheiden, was ich hier machen soll. Oh, ja. Oh. Mh. Mh. Ihr könnt sagen, nee, komm, Breakforce nicht so meins. Oder ihr könnt sagen, ja, Breakforce meins. Mh. werde ich halt, je nachdem, zocken. Zocken werde ich so oder so. Nur, ob ich aufnehmen soll, weil, naja, das ist halt scheiße, wenn man umsonst aufnimmt, sozusagen. Und wenn er aufnimmt, bleibt auch bestimmt auch und sogar nicht dabei sein. Was? Ich sag, wenn du aufnimmst, war doch auch ab und zu machen. Ja, halt, wir können ja zusammenzacken. Na, ich weiß, weil ich dann nicht verorten muss. Aber ich denke mal, wir reden uns regelmäßig zu Videos von ihm guckt. Ja. Ich hab grad keine Ahnung, ob ihr mich hört wegen den ganzen lauten Geräuschen, weil... Wow! Sieg für das rote Team! Oh, okay. Zweiter. Geht auch. Mehr Kills. Weniger Assists. Aber egal. Deine Beherrschung von Medienwaffen ist auf Level 2 gestiegen. Super. Dann... Bis zum nächsten Mal, Leute! Ähm, sag auch noch tschau! Ja, Leute! Ja! Was wir noch sonst sagen wollen, abonnieren, kommentieren und feiern den Kanal, ey! Bla bla! Ciao!